Herzlich willkommen zur Musikschulminute am Freitag, dem 8.01.2021. Mein Name ist Peter Neut und hier kommen die News. Zunächst einmal ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2021 im Namen der ganzen Musikschule. Es geht auch spannend los. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist seit dem 7.01. veröffentlicht und für uns bedeutet es ganz konkret weiterhin kein musikalischer Unterricht in Präsenzform. Wir unterrichten online und auf anderen Wegen mindestens bis zum 31.01. Für Rückfragen stehen natürlich alle Lehrkräfte zur Verfügung. Ein ganz großes Dankeschön geht an alle, die im Dezember unseren YouTube-Kanal so fleißig geklickt haben. Wir haben über 18.500 Aufrufe gehabt. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das motiviert uns unglaublich und gibt Kraft für die kommende Zeit weiterhin spannende Videos online zu stellen. Vielen lieben Dank dafür. Ein besonderes Highlight war Folks for Christmas 2020. Das Streaming-Konzert in der Wohnzimmer-Edition gibt es als solches jetzt als Video on demand. Zum Nachschauen, wer es verpasst hat, einfach reinklicken und Spaß haben. Das Jahr 2021 ist für die Musikschule ein besonderes. Wir werden in diesem Jahr unser 50-jähriges Jubiläum begehen. Es wird viele spannende Aktionen geben, sowohl digital als auch analog, wenn es das Infektionsgeschehen wieder zulässt. Da freuen wir uns sehr drauf und die aktuellen Infos dazu wird es auch immer hier in der Musikschulminute, aber auch sonst überall auf unseren Kanälen geben. Ihr habt noch Fragen, Anregungen oder sonstiges, postet es einfach unten in die Comments. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram, besucht unsere Homepage. Wir sehen uns in der Musikschule. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020